Zunächst sprechen wir über den Mord an Maria M. Und ich möchte dazu sagen, dass es zu diesem Fall so gut wie keine Bilder gibt. Es gibt vier Bilder, die ich sozusagen gefunden habe, nicht vom Opfer und eher vom Tatort, sondern von der Verhandlung. Also wird sich dieser Fall, tut mir leid, ist auch ein deutscher Fall, der gilt, was Opfer- und Täterschutz angeht, eben anderes als zum Beispiel bei amerikanischen Sachen. Deswegen gibt es heute weniger Fälle. Als Maria M. Nelson B. kennenlernt und sich in ihn verliebt, wirkt alles zunächst so, als würde dem glücklichen, harmonischen Paar eine gute Zukunft bevorstehen. Doch Nelson hat eine dunkle Vergangenheit. Aus der glücklichen Liebe wird schnell Eifersucht, dann Psychoterror und Stalking, was schließlich in einer grausamen Tragödie endet. Es ist Winter 2016, Maria geht mit ihrer Hündin Erna im Volkspark Friedrichshain in Berlin spazieren und dabei lernt sie einen großen, bulligen Mann mit raspelkurzen Haaren kennen, der ebenfalls mit seinem Hund Gassi geht. Und das ist Nelson. Die beiden kommen ins Gespräch, sie verstehen sich gut, sie tauschen Telefonnummern aus, um sich wiederzusehen, und sie treffen sich. Sie kommen sich näher und dann werden sie schließlich ein Paar. Für Maria ist Nelson der erste Freund seit langem. Sie war sechs Jahre lang Single und Nelson wurde angeblich von seiner letzten Freundin betrogen. Maria ist verliebt, mit leuchtenden Augen erzählt sie ihrer Schwester Julia von ihrem neuen Freund und wie gut Nelson ihr tut. Und ja, Maria und Julia sind mehr als Schwestern. Julia erzählt im späteren Gerichtsverfahren, dass Maria ihre Seelenverwandte war und sie alles miteinander teilten. 2010 waren die beiden aus Mecklenburg nach Berlin gezogen und sie wohnten eine Zeit lang auch zusammen in einer Wohnung. Und Julia studierte in Berlin und promovierte dort als Tierärztin. Maria kellnerte in einem Hotel und wechselte dann später ins Motel One, wo sie als Managerin der Rezeption arbeitete. Julia beschreibt ihre Schwester im Prozess mit folgenden Worten, Zitat. Sie hat es immer gut mit allen gemeint, hatte ein offenes Herz, war für alle da, für Freunde und Kolleginnen. Man konnte sie mitten in der Nacht anrufen und sagen, dass es einem schlecht geht, dass man ihre Schulter brauchte. Sofort kam sie vorbei. Wir beide wurden von unseren Eltern zu Fairness und Gerechtigkeit erzogen. Und sie wollte was vom Leben, strengte sich an, um Karriere zu machen. Die Beziehung von Nelson und Maria beginnt zunächst harmonisch, aber es ist nie einfach mit ihm. Nelson braucht immer wieder Zeit für sich. Verabredung, sagt er kurz vorher ab. Als Maria in ihrer Familie dann vorstellen will, sagt er ab. Und sogar beim Urlaub macht er nur wenige Stunden vorher einen Rückzieher. Aber Maria gibt ihm Zeit und drängt ihn nicht. Die Kriminalbeamten werten später die WhatsApp-Verläufe der beiden aus und auch auf sie wirkt die Beziehung normal und harmonisch. Als Nelson entschließt sich doch Marias Familie kennenlernt, gibt er sich Mühe, gut rüberzukommen. Er drückt sich gewählt aus, er ist höflich und gut gekleidet. Aber ihre Familie nimmt ihn auch als wortkarg und schwer einzuschätzen wahr. Und trotzdem nehmen sie den neuen Freund von Maria mit offenen Armen auf. Oft verbringt das Paar dann Zeit im Garten von Maria und Julias Tante, die ebenfalls in Berlin wohnt. Aber mit der Zeit holt Nelsons Vergangenheit das junge Paar immer mehr ein, was dann auch Maria mitbekommt und vor ihr nicht mehr verheimlicht werden kann. Gerichtsvollzieher und Polizisten stehen vor seiner Tür. Maria hält zu ihrem Freund und glaubt ihm, dass das alles ein Missverständnis wäre. Aufgelöst bepöbelt sie dann gemeinsam mit Nelson die Beamten. Und er gesteht ihr schließlich dann, dass er mehrere tausend Euro Schulden hat, durch Behandlungskosten, die er übernehmen musste, für einen Mann, den Nelson attackiert hat. Es sei Selbstverteidigung gewesen, beteuert er Maria und sie glaubt ihm. Sie ahnt nicht, dass Nelson B. zwischen 2000 und 2018 144 Mal polizeilich auffällig war. 99 Mal davon als Tatverdächtiger. Er hat mehrere Vorstrafen, unter anderem wegen Körperverletzung und weil er drei Ex-Freundinnen nachstellte. Er war schon mehrmals im Gefängnis und wurde zuletzt auf Bewährung entlassen, aber von all dem wissen Maria und ihre Familie nichts. Nelson B. wächst in Berlin auf, lebt als jugendlicher zwischenzeitlich in einem Brandenburger Heim. Er hat sich mit seiner Mutter zerstritten, die 2013 stirbt, ohne dass sie sich je versöhnt haben. Er lebt in einer kleinen, dunklen Wohnung, die allerdings nicht chaotisch ist. Das wird im späteren Prozess als wichtiger Punkt erwähnt, denn Nelson sagt über sich selbst aus, dass er an Depressionen leiden würde. Und eine chaotische Wohnung wäre eines der Anzeichen gewesen, dass er wirklich unter Depressionen leiden würde. Aber das kann nicht festgestellt werden. Nelson B. ist arbeitslos, nur gelegentlich arbeitet er als Straßenbauer. Er nimmt Drogen und trinkt, aber dennoch kann er sich anpassen und, ja, den charmanten Freund mimen. Und das bestätigen all seine Ex-Freundinnen. Maria und ihre Familie glauben den Geschichten, die Nelson ihn auftöscht und sie helfen ihm. Also Marias Tante unterstützt den Freund von Maria, sie tilgt seine Schulden und übernimmt Gespräche mit Banken und Rechtsanwälten. Ihre Tante sagt dazu vor Gericht, Zitat, Marias Tablet geht, bei der er dann eine Facebook-Nachricht aufpoppt. Und ein Gast fragt Maria nach einer Hotelreservierung. Er hatte Maria bei Facebook hinzugefügt und er dachte, so könne er schneller an eine Reservierung kommen. Maria kannte den Mann nicht mal. Aber als Nelson B. die Nachricht liest, wird bei ihm ein Schalter umgelegt. Er denkt, Maria betrügt ihn. Die Reservierung sei ein Code für ein geheimes Treffen. Und ab diesem Zeitpunkt ändert sich Nelsens Verhalten. Und das bestätigen auch die WhatsApp-Verläufe der beiden. Er schreibt ihr mehrmals am Tag, fragt sie immer und immer wieder, wann sie sich treffen wollen, ob sie nicht die Arbeit für ihn ausfallen lassen kann und warum sie ihre Familie über ihn stellt. Überall wittert Nelson einen Hinterhalt und Betrug gegen ihn. Und zunächst ist Maria verständnisvoll ihrem Freund gegenüber. Ja, aber je mehr er sie einengt, je mehr blockt sie dann auch ab. Und Nelson macht immer weiter. Zitat Er droht immer wieder damit, sich umzubringen, wenn sie sich nicht mit ihm trifft. Aber wenn sie sich treffen, streiten sie und Nelson beleidigt Maria. Er durchsucht ihre Notizbücher und fotografiert ihre Passwörter ab. Die Screenshots findet die Polizei später auf seinem Handy. Er legt Fake-Profile auf Facebook von Maria an, mit denen er ihre eigenen Freunde kontaktiert. Und nach vier Monaten reicht es Maria endgültig. Sie trennt sich von Nelson, aber das ist noch lange nicht das Ende des Terrors. Er ruft sich ständig an, schreibt ihr Nachrichten. Nachts steht er vor ihrer Tür und klingelt Sturm. Einmal liegt der Betrunkten vor Marias Wohnung und sie nimmt ihn dann mit rein, aber Nelson stürmt auf den Balkon und droht dann runterzuspringen. Als sie dann die Polizei rufen will, droht er Maria zu töten. Immer wieder lauert er ihr am Park auf. Er springt aus dem Gebüsch, schmeißt seine Schlüssel weg und schreit sie an, dass er nun bei ihr lebt. Er lässt sich in eine psychiatrische Abteilung einweisen, weil Maria ihn drum gebeten hat, aber nach kurzer Zeit entlässt er sich selbst, weil er wissen muss, ob Maria ihn betrügt. Am 22. Oktober 2018 eskaliert dann die Situation. Nelson lauert ihr in der Tiefgarage des Hotels auf, in dem Maria arbeitet. Und er versucht, die Tür ihres Autos aufzumachen, aber sie ist abgeschlossen. Mit den Ellbogen und den Füßen versucht er, die Scheibe einzuschlagen, während Maria panisch im Auto sitzt und den Notruf wählt. Und bei der Polizei gibt sie dann eine Anzeige wegen Stalking und eine einstweilige Verfügung auf. Es wird dann eine Gefährderansprache bei Nelson B. abgehalten, wobei die Polizisten ihm erklären, dass er sich strafbar macht, wenn er sich Maria nähert. Und Maria selbst geht außerdem zum Familiengericht und beantragt ein Kontakt- und Näherungsverbot. Alles, was einem Stalking-Opfer an Hilfe zur Verfügung steht, unternehmen Maria und die Polizei. Aber es ist nicht genug. Nelson klettert über den Zaun auf das Grundstück von Marias Tante. Er hemmert gegen die Tür und schreit, Ich komme in Frieden. Und erst die Polizei kann ihn dann vom Grundstück bringen. Er steht auf der anderen Straßenseite von Marias Wohnung, trinkt Bier und starrt stundenlang hoch zu ihren Fenstern. Manchmal klingelt er, setzt sich in ihren Hof und ruft nach Maria. Und immer wieder muss Maria die Polizeiverständigen, die Nelson B. abführen. 16 Einsätze gibt es von der Polizei Berlin, um die 32-Jährige zu schützen. Maria zählt zu ihrer Schwester. Sie hat alle Passwörter geändert, damit sich Nelson nirgends in ihre Konten einloggen kann. Ihre Freunde und ihre Familie begleiten Maria bei jedem Schritt draußen. Nirgends geht sie alleine hin. Das Landeskriminalamt entwirft mittlerweile spezielle Schutzmaßnahmen für Maria, aber Nelson hat bereits einen anderen Plan, was seine Google-Suchanfragen später zeigen. Am 5. November 2018 googelt er GPS-Tracker kaufen. Er liest auch einen Artikel auf Zeit Online mit dem Titel Am 13. November googelt er Rechtsanwalt-Mord. Zitrönen C1-Unterbau Welche Drogen machen aggressiv? Buttersäure kaufen Berlin? Was passiert mit dem Mörder nach der Tat? Ein Tag später, äh, ein Tag in der U-Haft, Polizei JVA Berlin. Am 21. November 2018 googelt Nelson B, Schusswaffe, Görlitzer Park, Buttersäure, Messerstich ins Herz, GPS-Tracker. Er kauft da einen GPS-Tracker, den er an Marias Auto anbringt, um immer zu wissen, wo sie ist. In Edeka kauft er dann einen 16 cm langen Steakmesser um den Griff, macht er dann Anti-Rutsch-Tape, damit er wegen des Blutes nicht abrutscht und sich selbst verletzt. Diesen Tipp hat ihm dann ein anderer Patient in der psychiatrischen Klinik gegeben. Am 7. Dezember 2018 telefoniert die Polizei ein letztes Mal mit Nelson B. Sie ermahnen ihn, nicht wieder bei Maria zu klingeln, denn gegen 15 Uhr hatte Maria wieder die Polizei verständlich, dass Nelson vor der Wohnung steht. Das Telefonat dauert fünf Minuten, er soll patzig, genervt und unhöflich zu dem Beamten gewesen sein und angeblich hätte das Gespräch ihm aufgewühlt, sagt Nelson B. später vor Gericht. Er weiß, dass Maria bei ihrer Schwester ist, Frühdienst hat und um 6 Uhr das Haus verlässt. Dann sucht er sich eine Bahnverbindung raus und fährt zu Marias Schwester Julia. Julia hat an diesem Abend für sie beide gekocht, sie essen zusammen, Maria legt sich schlafen und Julia arbeitet währenddessen weiter an ihrer Doktorarbeit. Um 4.30 Uhr des 8. Dezember 2018 klingelt Marias Wecker, sie hat Frühdienst, so wie es Nelson weiß. Sie telefoniert morgens noch mit einer Kollegin, die sie vom Parkhaus ins Hotel begleiten will. Danach verlässt Maria Julias Wohnung um 6 Uhr. Ein Nachbar, der mit seinem Hund Gassi geht, sehnt gegenüber des Wohnhauses einen Mann im Dunkeln hocken. Er wundert sich, geht aber weiter. An der Eingangstür trifft er Maria, danach tritt sie vor die Tür und geht ein paar Schritte, bis Nelson sie attackiert. Maria schreit, das hat ihre Schwester mal gesagt. Vor Gericht erklärt Julia, Zitat, Ich wusste, dass sie es ist. Ich wusste, dass er es ist. Ich hatte ihr eher gesagt, wenn er dich angreift, dann schrei so laut und so viel du kannst. Es muss sich nach was Schlimmen anhören. 20 Sekunden sticht Nerzen auf Maria ein. Sticht in ihr Herz und durchdringt mit dem Messer sogar ihren Schädel, bis die Klinge des Messers bricht. Julia eilt ihrer Schwester zu Hilfe, versucht sie zu reanimieren, aber jede Hilfe kommt zu spät. Nach der Tat geht Nerzen B. bei McDonalds frühstücken, trinkt ein Bier, stellt sich schließlich bei der Polizeiwache am Ostbahnhof mit den folgenden Worten, Zitat, Sie hat mein Leben zerstört. Ist sie auch wirklich tot? Wenn nicht, hole ich das nach. Dass sie sich diese Wache ausgesucht hat, ist kein Zufall. Das sei die bequemste, denn die Betten sind nicht aus Holz. Er saß ja schließlich schon in einigen Zellen ein und immer wieder fragt er bei seiner Festnahme, ob Maria tot ist. Als sie ihm dann die Antwort nennen, wirkte er erleichtert auf die Beamten. Gegenüber der Polizei sagt er sogar, ich hätte ihr auch den Kopf abgeschnitten, um sicherzugehen, dass sie zu 100% tot ist. Im Sommer 2019 beginnt der Prozess gegen den 33-jährigen Nelson B., knapp drei Jahre nachdem Maria und er sich zum ersten Mal im Park begegneten. Bereits zum Prozessauftakt stellt die Richterin klar, dass Maria M. richtig gegen ihren Stalker gehandelt hat. Es ist nicht ihre Schuld, die naiv oder leichtsinnig die Gefahr nicht erkannt hätte, sondern allein die Schuld von Nelson B. Kurz nach dem Mord ist bei seiner Festnahme keine Reue bei ihm zu spüren, sondern nur Hass gegenüber seiner Ex-Freundin. Und im Prozess beteuert er nun, dass es ihm leidtun würde. Er sei am 8. Dezember 2018 zum Haus von Julia gefahren, um mit Maria zu sprechen und sich persönlich bei ihr zu entschuldigen. Warum er ein Messer für eine Entschuldigung bei sich hatte, über den Zeitraum von einem Monat googelt, wie man jemanden tötet, das beantwortet er jedoch nicht. Und die Auswertung seiner Handydaten, seiner Google-Anfragen und seiner Amazon-Käufe zeigen hingegen, dass die Tat von langer Hand geplant war. Marias Schwester und ihre Tante sagen vor Gericht aus und berichten von dem Psychoterror, dem Maria ein halbes Jahr lang ausgesetzt war. Nelson B.s Verteidiger fragt ihre Tante sogar, ob sie sauer auf seinen Mordanten sei. Und sie antwortet darauf, Sauer? Ich verachte ihn zutiefst für das, was er getan hat und für das, was er ist. Ich verachte Menschen, die sich über andere hinwegsetzen und anderen wehtun. Daraufhin bricht Nelson B. wieder in Tränen aus und beteuert, dass es ihm leidtun würde. Und auch seine Ex-Freundin werden vor Gericht befragt und sie alle zeichnen ein Bild eines zunächst fürsorglichen Partners, der aber beim kleinsten Funken von Eifersucht zu einem gewaltbereiten Mann wird. Seine erste Freundin war mit ihm im Teenageralter zusammen und sie braucht heute immer noch Hilfe, weil sie unter ständiger Angst leidet. Nelson B. hatte sie damals geschlagen, über Tage in der Wohnung eingesperrt und ihr den Kontakt zu anderen Menschen verboten. Die zweite Freundin sagt aus, dass er aus Wut Pizza und Kaffee nach ihr warf und ihr das Nasenbein gebrochen hatte. Gegenüber seiner dritten Freundin war er ebenfalls handgreiflich. Nach der Trennung hat er sie auf offener Straße bespuckt und ihr gedroht, sie psychisch fertig zu machen. Sie lebte unter ständiger Angst, dass er sie eines Tages töten wird. Und seitdem sie von Mord an Maria erfahren hat, ist sie wegen posttraumatischer Belastungsstörung in Behandlung. Nelson B. erklärte im Prozess seine ganzen Ausraster mit seiner Eifersucht. Er sei schnell verletzt und er könne niemandem vertrauen. Zitat Die Richterin sieht in der Urteilsverkündung allerdings ein anderes Motiv hinter dem Mord an Maria. Wegen ihrer Anzeige musste er fürchten, dass seine Bewährungsstrafe, auf der er zum Zeitpunkt des Stalkings war, in eine Haftstrafe umgewandelt wird und immer wieder so in der Vergangenheit getobt und geschrien haben, Zitat Er hat die Anzeige von Maria als Vertrauensbruch angesehen, für die er sie bestrafen wollte. Die Googlesuchen zeigen, dass er erst einen Attentat mit Buttersäure geplant hat, den Planern aber verworfen hat und sich ein Steakmesser zugelegt hat. Er hat gegoogelt, welche Strafe auf ihn zukommt, wie er sich nach dem Mord am besten verhalten soll. Und er hat sogar den Griff präpariert, um sich nicht selbst zu verletzen. Also die Tat ist kein eskalierter Streit gewesen, sondern ein von langer Hand geplanter Mord. Nelson B. wird deshalb im Oktober 2019 zur lebenslanger Haftstrafe mit besonderer Schwere der Schuld verurteilt. Für Marias Familie ist die harte Bestrafung des Gerichts nur ein schwacher Trost. Nichts kann Marias Tod rückgängig machen. Ein Mord, der vermeidbar gewesen zu sein schien. Julia äußert sich nach dem Urteil mit folgenden Worten der Presse gegenüber, Zitat Wir werden versuchen, an den schrecklichen Geschehnissen zu wachsen, weil Maria nichts anderes akzeptieren würde. Sie war selber so stark und tapfer. Daran wollen wir uns ein Beispiel nehmen.